Okay, würde ich sagen, dann wollen wir mal. Schöne Band. Ja, hübsch das Loch. Schöne Band. Man sieht mein Gesicht nicht. Mann, hier ist ja nur scheiße, hübsche Titten. Jo, schmeckt mal wieder. Mann, hier ist gar nichts los. Junge, Junge, Junge. Könnten ja ein bisschen Licht machen. Okay, weiter jetzt. Die sind ja nur am Skippen hier. Boah, meine Ohren. Schöne Haare. Da geht die Sonne auf. Mal gucken, was wir hier heute noch für Leute finden. Mal Zeit. Boah, geiler Sound. Hier findest du die abgefahrensten Leute. Ja, klingt wie ein Vibrator, den er gerade am Arsch hat. Oh mein Gott, ey. Du hast ja Leute, äh krass. Bei den wärmer doch schon mal. Lass es dir schmecken. Ja, hübsche Beine. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Sei gegrüßt Opa. Mann, oh Mann, ey. Ja, hier ist ein schöner Band. Hat er gerade seinen Pupel gefressen? Mann, hier ist nichts los, ey. Mann, oh Mann. So Mal, oh mein Gott. Schöne, behalb du malst? Tote Rosi hier. Ein bisschen Alarm skippen. Jaa, meine Augen älter. Bapis jetzt besser werde ich gesehen habe. Mann, oh Mann, oh Mann, haste keine Vernünften weiter. Bei ihm ist noch Weihnachten. Boah, dann machen wir mal weiter schnell. Schwierig mal zu finden hier. Ach so, der Eiffel, nein, nein, nein. Boah, nur Wichser. Ja, 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 gute Nacht, schönes Käppi, so dunkel. Mann, die Leute haben eine Qualität von Feinsten. Dauerschwarz. Mach mal Licht an. Wahrscheinlich hat er keinen Strom bezahlt. Was für Affen, ey. Ja, der ist auch schon voll gedröhnt, ey. Hübscher Heizung. Ja, Bruder, was geht, ey? Mann, hier ist nur Tote Rose, Alter. Fuckt mich ab, Alter. Ja, ich hab hier auch mal gestellt. Jujo. Boah, du alte Dreckser. Ich versuche maximal eine Viertelstunde hier was zusammen zu bekommen, aber irgendwie ist hier schlecht. Ich glaube bei denen waren wir schon mal, ich suche hier vernünftige Leute, mal gucken. Ich habe Hunger. Nein, nein. Ey, hier sind 100.000 Leute an, aber... Ach, alter Kremser. Gewürzt du nur mehr am Klicken, statt sich hier mit ein paar Leute zu unterhalten? Boah. Da stecke ich dich schon in der Buse. Ja, er macht Selbstgespräche. Ja, irgendwie ist hier tote Hose. Erstes Mal Chatroulette und tote Hose. Super. Naja, jeder Anfang ist schwer. Was war denn das rosa da eben? Ey, wo sind hier die Frauen? Auf jeden Fall war die beste Qualität, die ich immer zu sehen habe. Wie kann man denn den Klo filmen? Ey, jo. Ey, die skippen mich. Was geht, ey? Hier ist nur Scheiße. Ich brauche gar nichts machen, Alter. Die skippen mich fast alle. Guten Hunger. Danke. Kein Problem. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, ey. Hier triffst du die abgefahrensten Leute, ey. Ich glaube, das werde ich öfters machen. Ich glaube, da drauf halt ich mal richtig Bock, ey. Ja, ab und zu mal ein paar Chatroulette-Videos rauszukloppen. Jo, was geht? Nix bei dir. Geil, das hat's ja. Ist das Razer? Yes. Ja, ich habe auch Razer. 7.1. Chillig. Das Beste, was das gibt's, ey. Richtig, richtig. Ja. Ich habe zwar keine Razer-Tastatur, aber die war mal zu... Ich auch mit. Die Klapper, wisst du, das ist... In den Ofen... Ah. Genau. Genau. Sag mal, kennst du dich ein bisschen aus mit Razer-Head, also mit den Bedruckt? Nicht? Ich habe mir das mal auf eine Empfehlung gekauft und sie sind seitdem eigentlich sofrieden. Ich will jetzt auch auf eine Razer-Maus und auf eine Tastatur umsteigen. Ja. Ähm. Ja. Weil es dann auch einhändlicher ist. Ah. Okay. Gut. Na, ich habe zwar auch eine Razer-Maus, die Naga von 2014, die bricht auch schon halb auseinander nach fünf Jahren. Ne, und zwar, so nehme ich nämlich so ein Razer-Mikrofon, kennst du bestimmt. Hast du da ein bisschen Ahnung von? Ne, oder? Von der Siren? Ne, oder? Ne, leider nicht. Gar nicht, oder? Okay, schade. Gut, dann will ich dich nicht weiter stören und wünsche dir noch einen schönen Abend, ne? Auch so, auch so. Bis dann. Bis dann. Hätte ja sein können. Deine Zwiebel fallen raus. Oh, in der Schweiz bin ich gelandet. Herr Schein. Kauft immer eine neue nach, ey. Es kommt langsam, es kommt langsam. Die ist so dunkel. Das gibt mich der Penner. Jo. Kau. Kau. Das gibt mich der Penner. Kau. 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 Geile Mucke, muss ich mir auf jeden Fall merken. Jo, schöne Haare. Bruder, ich muss los. What the hell, Alter. Na so, mach mal 12 Minuten, müsste eigentlich reichen. Der sah aus wie Ronny eben. Jo. Schwierig hier, Leute zu finden. Oh. Oh. Mann, wo sind denn die Leute hier? Hat der grad dicke Titten gesehen? Warum das in den großen Augen? Bei dem lieg ich ganz schön auf, mit dem Black Holy Shit, Alter Gute Nacht, Alter Ich habe ja hier auch nichts besser zu tun, hier mal ein bisschen durchzustöbern Mach mal Licht an Die Leute filmen eine Scheiße, Alter, das ist nicht mehr normal Bis jetzt war der, oh da war eine Katze Bis jetzt war das Gespräch mit dem Razer Der Rest war alles Schrott Okay, hallo Schöner Tisch Schöner Tisch Schöner Racer Jo, gelles Headset Ja, ja Razer Headset Gut, gut Beste Ja 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 Außer Tastatur habe ich nicht Oh Ja Einfach normal Einfach normal Corsair, warte mal, mach mal Licht aus Warte Ja, es geht Wow Sieht gut 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 Schön Schön ab noch Danke Ja das erste mal unterwegs und hier nur Razer Kundin am Start. Perfekt. Hübscher Teppich. Schön rot. Ja ich würde sagen machen wir hier erstmal Stopp und wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir ein Like da, ein Kommentar da. Wenn ihr noch mehr solche Videos sehen wollt, lasst es mir wissen oder wenn ihr Bock auf mehr habt, einfach mal Bescheid sagen. Ja dann bedanke ich mich schon mal fürs Zuschauen und rein gehauen. Ich bin jetzt mal auf. 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 Bis zum nächsten Mal.